hallo hier meine lieben freunde folge folgen aufnahme von let's play by men auctions wir stellen gleich mal feuchtbarlich in das erste level moderne zeiten ja guter zu sagen ich würde ich als mutter mal bedenkt wie stellen sich die konsolen und computer entwickeln wirklich als mutter wir sind ja gerade noch in den technik level in so gesehen die kippe weg erst mal total den tod retten so gesehen in den waha da schon gesehen gesehen in den in der leite in dem letzten abschnitt okay stimmst du auch mit herz gut zu wissen hier runter stirbt zurück rein weiter und dann können wir ja gerade schon wieder los geht und das war unwahrscheinlich hat mich sogar schon gehört das ist schon so früh am anfang man das ist halt nein nein halt noch nicht alle egal die wurden uns noch so jetzt warten wir und renn weiter wie das halt so läuft warum bin ich echt gesprungen ich musste echt aufpassen das ist nicht einfach steht da und zerquetscht okay das war nicht dumm das war perfekt war das aber dass der doch lebt deshalb auch stirbt warum nicht ich war gerade auch nicht total unfair okay ich muss mich mehr beeilen ich könnte auch oben drüber oder da geht es nicht kommen die leute warten ich möchte das game heute möglichst weit bringen weil wir ja wirklich nicht mehr lange brauchen und ich mich schon übel sagt das nächste projekt raymond hausein augenfreude übrigens ab 5 mai wird ziemlich wichtiges video beziehungsweise neue augen m auf den kanal kommen also am 5 mai unbedingt mal reingucken und ich kann schon so viel sagen es bringt doch was für euch dabei raus mehr sage ich nicht vielleicht als nicht zu viel Spoiler okay ich glaube ich falle einfach durch das ist glaube ich das beste was man da machen kann einfach durchfallen da stirb ich dann auch nicht dort und ich würd euch freid wokol وجuman ich hätte es Kreuzhorn aber ich wollte die Münze habuzz ist mein scherzIGHT kein schleC� Nein doch weißt du gar nicht waren die tale Theatre kommen das ich das schwere ich glaube für die restliche weil wir noch eine weile brauchen und da haben auch die Wüte von GRP ziemlich lange für gebraucht. Warte, das ist witzig, eine Folge anzugucken, wo was willst du denn? Wo immer das gleiche Level kam. Das war richtig toll damals. Aber das letzte Play-Splash auch schon wieder ewig herduken. Da kam mir dann noch zwischendrin ein paar Ringe, danach kam ein paar Gestürmens mit Mario sammeln. Oh, ey, was da dann noch alles kam, ne? Diesmal nichts. Ich hab' mir erst mit Freude eingeguckt. Ich wollte jetzt eigentlich runter, aber, okay. Oh, ey, ich glaub' da muss ich ja bleiben. Ich muss das Level ja schaffen. Warum? Ich versteh' sowieso nicht, was die sind. Lose Frage ist, aber wenn du dann verlassen kriegst, fliegst du aus dem Level und darf nochmal neu anfangen. Ich mein, was bringt dir, wenn du weggeben? Oder wie das hieß, klickst, was bringt dich? Fang dir erstmal drauf. Ich werd' jetzt mal nicht auf die, ähm, Münzen achten. Außer ich hab' Zeit dafür. Warum bin ich jetzt bitte gestorben? Let's do what you do it. The Self-Me war weiter oben. Sorry, ob ich will das Self-Me haben. So, sorry, aber ich will das Help-Me haben. Nein, ich weiß nicht, wie ich grad gestorben bin. Das hört sich nach hier an. Ich weiß nicht, wie ich grad gestorben bin. Aber ich hätte ne Vermutung, wo es sein könnte. Obwohl, doch, doch, da kann's ganz gut sein. Da kann's gut sein. Da gucken wir mal hin. Jetzt gibt's für mich doch weniger Sinn, wo ich nachdenke, wo ist dat? Ich höre es hier, aber... Oh, verdammt. Aber wie komm' ich denn da... Äh. Wie lange wir jetzt schon fürs erste Level brauchen, man? Ich will hier schnell durchmachen, mal. Das war jetzt auch zu schnell durch, Gerag zugegeben. Mah. Geh weg, geh weg. Weißt du, ne? Ich drück' X. Ich drück' A. Ich drück' nicht X. Das reicht noch. Aber hinten ist ja auch nichts. Ist hier oben was? Und sichtbare Wege wie bei Mario gibt's sie ja nicht, ne? Das sind ja alles sichtbare Wege hier. Aber ich seh' da... Hä? Was soll das halt nicht sein? Na, komm. Kann's auch nirgends sein? Wir auch mit? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hä? Ich glaub' ich geh jetzt weiter, weil für mich hier gibt es keinen... Ich weiß, wo's ist. Es ist... Obwohl, eigentlich... Hä? Keine Ahnung gerade, ey. Weil theoretisch könnte es auch weiter sein, aber... Aus dem nächsten Abschnitt... Na, fuck. Aber dann würden wir's nicht hier schon hören. Dann bin ich eigentlich einfach nach unten gegangen. Das halt mir... Irritiert mich. Ja, bleib! Welch kacke schafft das halt mir, ey. Ganz ehrlich. Weißt du, wenn die das nicht richtig platzieren? Ich hab da hinten grad was gesehen. Aber da kann man doch nicht durchlaufen, oder doch? Nein, 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 nein. Ja, jetzt hat mich das getroffen, ey. Geht doch alle sterben. Warum hat der noch gelebt? Ich hab den 20 mehr haben mal geschlagen. Ist der irgendwie unbesiegbar? Das kommt mir grad nämlich irgendwie so vor. Alter, nervt mich jetzt nicht mit deinem Bleiben verlassen. Warum kommen wir super voran? Also mag man schon. Also... Verwältigend. Ey. Ich will das Level jetzt schneller vorbeibringen. Mich nervt ja, dass ich festfänge. Ey. Das war grad unfair zu sterben. Ich war da noch durch, ja. Wenn der Wichser nicht drauf... Warum verreckt der Wichser nicht? Sorry, dass ich mich jetzt hier grad ein bisschen aufrege. Verreckt jetzt. Ja. Ich trebe mich im Kreis und du... Du bist tot. Ich würde euch gerne helfen, aber ich weiß nicht, wo ihr seid. Scheiß doch da drauf, ey. Ganz ehrlich. Das ist nochmal schlecht. Aber das ist nicht schwer. Außer man läuft zu früh los. Warte. Jetzt. Nein. Obwohl... Genau, das war jetzt auf der anderen Seite. Ähm, sorry, wegen dem total in die Länge gezogenen Anfang. Ich hab grad selbst rüberfacht, weil ich gesagt, ich will das grad schnell schaffen. Tschüss. Achso. Überlebt. Und endlich den Gerwig befreit, den wir auf vier mehr ein Jahr gesucht haben. Und glaub ich, dass ich für sowas so lange brauche. Du mir leid. Verzeih mir. Was ist das mit der Aufnahme? Yeah. Das war jetzt gar nicht mal so schnell. Oh, ich leb noch. What the fuck? Das hier ging ja schon scherpen, Mann. Warte mal. Ein Problem, weil ich das erste schon triffe, ne? Aber ich einmal triffe mich das obere und das untere. YOLO, YOLO, YOLO. Ich hab ein Herz. Ach. Noch ein Herz. Was schon weg ist. Nein, wo bin ich gesprungen? Herz her. Springen. Konzentra... Kondensation. Springen. Rennen. Warten. Runter. Kondensation. Springen. Was ist das happy, bitte? Was ist das? Ja, ja, ich... Acht da unten. Okay, ich hab schon gesehen. Mann, ey. Nur die Münze haben, ja? Oh Gott. Was soll ich denn ernst sein, dass hier unten helfen ist? Da kommt man erstmal voll schwer hin. Also mittelschwer. Mann, den mir nicht geschehen, aber das ist nicht schwer. Ja, das geht. Dann ist akzeptabel. Ja, ich hab hier oben. Und ich sterbe hier oben. Ist doch schön. Oh, hui. Geh weg. Geh weg. Nein. Na, weißt du, da kann ich gerne gegen den Blitz nichts machen. Der ist OP und tödlich. Brille richten. Ich bin ein stolzer Brillenträger. Nein, älterer. Das, 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 das Roboter, das, das, die Roboter, die werden uns Menschen nicht helfen. Die werden genau so, na, wie's haben wir hier. Ich spöre's nicht. Das wollen wir eben, dass die Roboter wirklich richtig... Es gibt manchmal Sachen, da denke ich mir, warum bin ich gerade gestorben? Wo ich es wirklich nicht nachvollziehen kann. Schon wieder. Ich glaube, ich weiß, warum, weil die Roboter unverwundbar sind. Und mich instankillen. Also, scheiße. Und dumm. Heute nicht. Ja, 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 alles klar. Muss ich da nur noch heile durchkommen. Alter. Was geht ab? Was da? Fuck. Das läuft. Also, das Level jetzt. Also, ab jetzt läuft das. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich meinte, bevor ich gestorben bin.